Wir von der Weder Hausverwaltung GmbH aus Weihmünster sorgen für ein wirtschaftlich nachhaltiges Gebäudemanagement. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Haus- und Grundstücksverwaltung können Sie sich auf eine fundierte Arbeit verlassen. So stellen wir eine fachgerechte Instandhaltung und eine fundierte Finanzplanung sicher. Zu unseren Kunden gehören Vermieter, Immobilienfirmen und Wohnungseigentümergemeinschaften. Mit unserer Vermögensverwaltung in der Immobilienbranche wird Ihr Objekt zur lukrativen Anlage. Zahlreiche zufriedene Kunden in Weihmünster und Umgebung stehen für die Qualität unserer Arbeit.